Musik 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 Bitte? Ob ich bitte mein Autogramm bekommen könnte? Von wem? Kennen Sie sich? Kennen Sie sich? Kennen Sie? Sind Sie Schauspielerin oder was? Nee. Mach mal, komm. Gib mir doch bitte ein Autogramm. Ja, dann besorgen Sie mal einen Stift. Und dann besorgen Sie mal was zum Schreiben. Und dann bringen Sie am besten auch einen Zettel mit, wo man da draufschreiben kann. Ja, natürlich. Wie heißen Sie? Arbeiter Samariter. Achso, das ist gar nicht Ihr Name. Ich dachte, Sie heißen Arbeiter Samariter. Ich sitze doch hier. Ja, das ist auch eine Arbeit. Aber das ist schön. Ich muss ja erst heute Abend arbeiten. Ich bin ja erst um 22.15 Uhr ist die Sendung ja erst. 22.15 Uhr? Ja, bin Spätarbeiter. Deswegen habe ich vormittags ein bisschen frei. Sitze ich so rum. Welchen Sender? Pro 9. Heute Abend werde ich gucken. Ja. Meine Kollegin hat gesagt, sie schenkt mir so einen dicken fetten Blumentopf. Bitte was? Wenn ich ihn auf die Schulter klopfe. Deswegen mache ich das jetzt mal. Dankeschön. Wie? Jetzt kriegen Sie den Blumentopf? Ja. Dann kriege ich aber die Hälfte mit, oder? Das geht nicht. Das war es schon? Das war es schon. Na dann. Schönen Topf noch. Viel Spaß mit dem Blumentopf. Nach der Schule bin ich hier hingekommen. Und dann? Extra um dich zu sehen. Ja, und jetzt? Ja. Und jetzt sitze ich hier. Jetzt sitzt du hier? Ja, mit dir. Und dann? Jetzt sitze ich hier. Und jetzt gehst du hier nicht mehr weg, oder was? Mal sehen. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Ich sitze hier ein bisschen und dann gehe ich wieder weg. Und wenn ich mich jetzt auf die andere Bahn setze, was machst du dann? Mal sehen. Dann setzt du dich auch dahin, ne? Mal sehen. Machen wir das doch mal. Ich hab nichts gegen die Scheine gesehen. Mein Vater auf jetzt Vorher wir uns computingen. also war Zum Bauch. Alles ist erst mal passiert. Das ist schon beklärt. Kann das sein? Ja. Wenn ich ein Auto drauf gebe, musst du abhauen. Aber im Laufschritt? Okay. Abgemacht? Abgemacht. Kann man sich auf dich verlassen? Ja. Okay. Was soll ich draufstellen? Schreiben? Simon. Für den Spagallo. Simon. Okay. Und jetzt? Wie abgemacht? Im Laufschritt. Ja, im Laufschritt. Okay. Und? Ja. Komm. Okay. Im Laufschritt. Im Laufschritt. Tschüss. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Ihre Fan. Bitte? Ich bin Ihre Fan. Ach so. Ja, dann bitteschön. Danke. Nur das. Wollten Sie noch was? Hallo sagen. Bitteschön. Nein, das ist gemein. Sie sind so nett im Fernsehen. Ich bitte nicht. Alter Trick Comedy. Wie kommen Sie? Wie kommen Sie? Ja, ja. Ich kenne Sie. Manchmal, ich schimpfe Sie. Ich schimpfe Sie da. Sie schimpfen mich? Warum denn? Ich weiß nicht. Manchmal kommt da also Beleidigung was von den Leuten. Aber trotzdem. Wen beleidige ich denn? Ich mache Sie sehr gerne. Das ist gut. Obwohl, ich kann nicht gut alles verstehen. Aber Sie sprechen doch gut Deutsch. Nein, aber bei Ihnen lerne ich was. Ja, wo kommen Sie her? Ich wohne von Persien. Ah, okay. Ich habe Sie gut gekannt, oder? Ja, haben Sie mich gut gekannt. Das ist gut. Jetzt ich gehe. Jetzt Sie gehen. Ich freue mich. Viel Spaß mit der Zeit. Ja. Auf Wiedersehen. Bitte, ne? Tschüss.